hallo meine lieben mangelfreunde willkommen zu einem weiteren kleinen guide video von mehr zufischer online wir befinden uns immer noch in serbien an dem fluss donau und es geht um die kaspische see laube und zwar dieser fisch ist in meinen augen irgendwie selten ich habe jetzt aber herausgefunden man kann ihn direkt hier am spawn fangen was heißt von hier hinten aus hier die zweite treppe runter und dann direkt hier hin ich habe sie ich habe den fisch jetzt mit einer posenroute gefangen wohlgemerkt nimmt oder beziehungsweise bringt zeit mit setup ist eigentlich recht simpel da reicht die eine kleine bolo route und zwar hier mit einem kleinen setup und das wichtige nuller haken und roter kavier wenn ihr nämlich die fliege als köder nutzt habt ihr sehr oft als beifang die normale laube und das wollte er nicht daher müssen wir eben ein bisschen warten bis es beißt allerdings wie ihr seht der erfolg gibt mir recht ich habe die kleine kaspische see laube da endlich gefangen habe es dann auch jetzt endlich geschafft mein bross abzeichen zu bekommen was war hier was war hier ja sehen dass hier jeder fisch gefangen wurde und ja wenn ihr dazu allgemein zu einem fisch von dem see oder zu einem anderen see gerne auch mal ein guide video sehen würdet dann schreibt mir gerne was in die kommentare diesbezüglich oder beziehungsweise beziehungsweise daraufhin werde ich dann noch versuchen einen entsprechenden guide zu machen weil ich ja bisher an jedem see zu dem ich hin kann außer bei den dlc sehen ja jeden fisch ab deswegen ja haut einfach was in die kommentare und dann gucke ich dass ich dazu ein guide mache mal gucken wir mal ob wir gleich nochmal eine bekommen achtung und haben wir dran und die nächste kaspische see laube ja positive 50 cm kleines setup und einfach direkt hier raus und das war es dann auch schon ja in diesem sinne meine freunde war es das von mir mit meinem kleinen guide video ich hoffe ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen und ja wenn es euch gefallen haben sollte wisst ihr was ihr zu tun habt und ansonsten bedanke ich mich recht herzlich fürs einschalten und sorgt bis zum nächsten mal see ya